jetzt hallo und herzlich willkommen zu und ich hoste gerade krank warum hauscht ich das gerade krank das ist ganz schön gemein ich hoffe es hat sich gleich warte mal ich mache das spiel schon mal auf wir spielen heute eben wieder mit der lieben emily und dem frechen jetzt hat er auf mich geschaltet das doch nicht vielen dank auch dass das hoch dass das was ich finde es nicht und da du jetzt schon auf play gedrückt hast habe ich mir lea hat mir geschrieben dass ihre dingen sehr gut lief ihre ausstellung ja es ist heute leider wieder ohne die liebe lena aber die liebe lena muss heute leider da glaube ich arbeiten oder was uni ich weiß jetzt gar nicht mehr eins an beiden auf jeden fall und die liebe emily hat nur einige bäume zu fällen wie ich gerade sehe was wer hat jetzt schon wieder das war unser schattenhuhn emily shadow genannt shadow ja ist das nicht eigentlich eher shadow ja wahrscheinlich der der immer an die tiere umbenennt was hast du schon zwischmann gesagt habe ich dass ich das eigentlich gar nicht mehr möchte dass es passiert und dann auch noch falsch schreiben ja das hat wahrscheinlich nicht mehr gepasst ach so ich dachte sie hat einfach shadow blöd ausgesprochen also okay ja also zumindest kann ich mich daran erinnern das hat eh geschrieben der hat jetzt gerade absolut kaum was vom satz genommen ich weiß nicht was du was an deiner mikrofoneinstellung anders ist aber wie machen wir das noch mal wie schläppen das ein bei ts unter selbst glaube ich oder unter extras keine ahnung emily ja ich hab schon er hat es gefunden alles gut und irgendwie kommt nur ein viertel des satzes an den er eigentlich redet und das ist echt ein bisschen mies gerade finde ich auch also er will mir gerade erzählen was das problem ist im hintergrund ja das problem ist wenn ich das jetzt ähm ich hab das jetzt ein bisschen ne jetzt müsste man eventuell mich besser verstehen aber dich hört man wahrscheinlich erst recht doppelt das weiß nicht ob man dich eventuell bei jedem satz doppelt hören wird das weiß ich nicht ne ich darf nur nicht lauter reden als du aber es geht ne also dein ts reagiert auf jeden fall nicht ich höre mich nicht doppelt das ist doch schön ups aha so flopp emily kann es sein so zwischenzeitlich wie das deine welle gespielt hast hallo nein hab ich nicht warum weil du dich irgendwie unnatürlich schnell bewegst naja im rufmannsgebiet ist auf null hm komisch ich hab ein paar erdbeeren gefügt also bei mir hast du das küken shadow ja ich hab dich jetzt auch eigentlich wieder umbenannt ah gut hey warum wird das bei ihr direkt übernommen und immer wenn ich das gemacht hab erst wenn ja würde ich mal drüber nachdenken kannst du mal sehen wer welche rechte auf dem hof hat hm ich glaube auch da geht's spazieren wieso hat jetzt twitch eigentlich wieder verschoben danke es gibt dann allerdings diese tags die man benutzen kann irgendwie auf twitch damit sein stream besser gefunden wird absolut keine ahnung ja ich hab jetzt ich hab die jetzt einfach mal eingestellt und zwar ach sind die wieder gelöscht worden das ist natürlich smart ja wahrscheinlich das hausding ach wurscht 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 dann ist das halt einfach so soll es nicht eigentlich mein haus ausgebaut werden du wolltest es auf jeden fall beantragen ja steht da noch nicht irgendwas zu holz deswegen die bäume ja deswegen die bäume erstmal meine die bäume dann geht der den 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 Ist ja nix neus. Ja, irgendwie nicht. Da geht Geld ab. Wollte ich auch sagen, jemand hat Geld ausgegeben. Ja, ich. Wieso? Ich hab's aber auch angekündigt. Hallo? Hört mir irgendwie keiner zu. Was hast du mir gesagt? Dass ich meine Pickaxe abgebe. Und das denn? Das hab ich auch nicht gehört. Ja, okay, gut. Dann halt nicht. Das wirst du dann wahrscheinlich mit dir selber abgeklärt haben. Aber ist okay. Ja. Ich hab auch jetzt gar nicht meine Pickaxe abgegeben, sondern ich hab äh meine Wasserkanne abgegeben. Die Gießkanne. Gießkanne, genau. Ja. Wenn man das alles in Englisch liest und dann das auf Deutsch übersetzt, das manchmal so... Oh, wie heißt das so? Ja, was? Ja, aber das ist ja eigentlich schon ein gutes Training, ne? Also so... was zu lernen. Aber ich kenn das. Manche von... Also am Anfang gab's ja Study Valley gar nicht mit deutscher, äh... Sprache, sondern nur auf Englisch. Und ich hatte am Anfang ganz, ganz herbe Probleme, die ganzen... Pflanzen und Gemüte und Fruchtsorten auf Deutsch zu sagen. Weil ich ja nicht die englischen Namen im Kopf hatte. Ja. War anscheinend eine sehr spannende Geschichte, wie ich es sehe. Ja. Ähm... Hallo Mugel1281. Da es nur mit 1 G geschrieben wird, gehe ich davon aus, dass es Mugel heißt und nicht Muggel, aber... Du weißt nicht mal, wie Muggel geschrieben wird. Hm? Ich dachte, ich weiß nicht mal, wie Muggel geschrieben wird. Muggel mit Doppel-G. 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 Muggel mit Doppel-G. Weil ich absolut keine Ahnung hab, was ich grad tun soll, angel ich. Das ist halt ne gute Idee. Ich bin in der Mine und such weiter nur Notizen. Ja, die findet man halt nicht nur in der Mine, ne? Also... Ja, aber größtenteils. Stein hoch hab ich... Auch schon einen von. Ja, aber ich wollte eigentlich noch Gold verhaben, aber irgendwie gibt's hier grad kein Gold. Gold wird überall werden. Alles klar. Wir sind ja nicht bei Harald. Muggel, das musst du mir erklären. Den, den... Das versteh ich nicht. Achso, wir sind nicht bei Harald. Harald steht da. Achso. Harald. Habt ihr mir irgendwas nicht erzählt? Wieso? Wer ist Harald? Das weiß ich ja selber nicht, deswegen frage ich ja. Achso, Harald... Okay. Alles klar. Was denn? Wie, was? Ja, Harald Porter. Also... Harry Potter. Ah... Ist er nicht Harald Töpfer? Ja, ich glaub schon Harald Töpfer war's eigentlich. Ich versteh aber ein... Ich versteh nicht. Hast du... Hast du, Emily, hast du die Gerüchte gehört oder das neue, ähm... Harry Potter-Game? Für PC und Konsolen, was kommen soll? Ja, ich hab auch irgendwie schon so'n... Es ist kein richtiger Trailer gewesen, aber so'n Gameplay dazu gesehen... Hm... Der mittlerweile ist der, glaub ich, oft angenommen worden von, äh... Weil der geklämt wurde von Warner Bros. Also... Angeblich. Was angeblich? Dass der von denen geklämt worden ist? Ja. Ne, das wird angezeigt, wenn du auf das Video gehst. Äh... Jein, also da stand auch von wegen, dass es einfach nur gesperrt ist teilweise, deswegen... Ja, aber durch Warner Bros. Also, es steht dabei... Ne, also auch... Stand... Hab's doch schon ohne gesehen, dass da einfach nur Stand ist, äh... Wegen wieder... Also wegen irgendwelchen Rechten halt gesperrt. So dieses Standard-Ding. Ja, aber ich bin halt drauf und hab das gesehen, dass es halt Warner Bros. stand. Achso. Ich dachte, da sind irgendwie Screenshots oder so... Ne. Das ist ja extra gesucht gehabt, weil ich gucken wollte. Aber es leider halt schon offline genommen worden ist. Ah... Ah... Ha... So... Wie viel Holz haben wir jetzt eigentlich, Emily? 396 Holz hab ich. Hm. 97. Was hat man eigentlich da in diesem... Gameplay... Game, Cut, whatever, gesehen? Ähm... Im Grunde eigentlich nur einen Typen, der... gegen magische Wesen gekämpft hat. Und ein paar davon sahen halt wirklich aus, wie aus... äh... Verhofften Tierwesen... oder Harry Potter. Hm. Achso. Das heißt, es bleibt spannend. Bleibt abzuwarten, was da jetzt rauskommt, wa? Oder vielleicht war es sogar beabsichtigte Komo. Für was? Für das Spiel. Achso, du meinst, dass extra geleakt worden ist, damit halt alle Leute schon gehypt sind. Kann natürlich auch sein. Gibt ja immer... Wobei ich nicht weiß, ob Warner Brothers wirklich so klug ist. Also... Burn! Ja gut, was heißt klug? Es ist halt einfach nur... Naja... Es ist halt ein bisschen... Ich finde halt Warner Brothers und Disney, die sind halt beide ziemlich... Naja, komm. Disney ist ja schon relativ intelligent, so viele denen gehört. Also gut, sie sind irgendwo auch heiß, aber... Es hat halt nicht mit Intelligenz zu tun, genau. Ich wollte mich ja gerade korrigieren. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass sie jung sind oder so. Aber ich würde denen halt so viel Raffinesse, was die PR angeht, einfach nicht zutrauen. Weiß nicht, so ein Fake-Leak würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Raffinesse betiteln. Es ist einfach nur so... Eine Taktik, die man... Anwenden kann, so, aber... Weiß nicht. Mhm. Mhm. Es soll mal regnen. Ich will Lea heiraten. Dazu muss es regnen. Ja, du musst ja eh noch drei Tage warten. Ach, du... Du musst die Muscheln noch kaufen. Ja. Ah. Das, äh... Mupfel-Amulett. Ja, ich warte auch. Was denn, worauf? Es ist... Warum seid ihr denn schon im Bett? Ich bin noch am Strand. Ja, weil es spät wird. Ja, es ist doch erst 0 Uhr. Moment, ich muss eben den... So, hab einen Fisch. Sag doch was. Haben wir doch. Ja, wir... Wir liegen jetzt übrigens im Bett und warten auf Bett. Ja, das ist... Danke für den Hinweis. Das ist schön. By the way, wenn du nicht zu beschäftigt bist... Könnte ich dann mal auf den Hof kommen? Wenn du so nett wärst, ja. Ja. Kommen sie bitte mal nach Hause, junger Mann. Was ist eigentlich mit Löwenzahn und so? Sammeln wir das oder verkaufen? Erstmal sammeln. Sammeln. Ehe. Ups. Nein. Emily, weißt du auswendig, wie viel Platz wir noch haben im Kuhstall? Können sechs Tiere momentan rein oder acht? Acht meine ich. Acht. Aber dann hol ich nämlich noch eine Kuh und ein... Was machst du da? Das kürzt jetzt gerade als zu meinem Haus. Siege. Und Emily ist gegangen. Stimmt. Tatsächlich, ja. Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ich seh's. Da stand einfach, dass der Server die Connection geschlossen hat. Habe ich gar nicht, aber ist okay. Wie nicht.